hi zum aussteiger kanal ich melde mich heute mal mit einem hilferuf und zwar habe ich eine einem jungen pärchen geholfen in nord portugal ein wunderschönes stück land zu kaufen mit vielen fruchtbäumchen und viel wasser und brunnen und wunderschön bist du auch schon wieder da ja bist du da ja guck mal meine wilde hierzintenwiese ist es nicht wahnsinn die wildblumen werden immer mehr immer mehr arten kommen zurück weil das war ja so ein umgedrehter boden die ganze zeit ist doch oder diese ganzen alles wilde hierzinten diese lillernen dinge hammer immer mehr jedes jahr mehr in dieser beziehung hat der freund dann gedacht irgendwann doch ein bisschen zu unsicher denn er besaß ein tiny home das eigentlich nach hier unten schaffen das hätte hierher geschafft werden sollen und ist dann eben nicht passiert weil er hat jetzt probleme mit sicherheitsdenken und angst und loslassen wie es halt so ist das befällt ja manche finde ich sehr schade er findet es zu unsicher her zu gehen ich finde es zu unsicher dort zu bleiben in deutschland aber gut jeder wie er möchte jedenfalls steht dieses mädel jetzt plötzlich alleine da und braucht ihm hilfe da das jetzt nicht ihr tiny house war braucht sie eben eine neue wohnmöglichkeit und das werden wir oder sie auch irgendwie noch hinkriegen das wird wahrscheinlich ein holzhaus oder vielleicht sogar ein container oder irgendwie was also ich denke mal holzhaus ist noch nicht so ganz entschieden und da sie dann da alleine ist bräuchte man ein paar starke hände die da dann das holzhaus mit aufbauen einfach ach das kann jemand einzelnes sein oder pärchen oder gruppen wie auch immer sie sind herzlich eingeladen dort hin zu kommen auf ihr land zu kommen wie gesagt ist dort gibt es wasser der das dorf ist sehr nah und castello branco ist auch sehr nah also ist jetzt nicht mit hunderttausend schlinge schlangen straßen kilometerweit von der zivilisation entfernt ist ein guter ort und genau da bräuchte man hilfe also es gibt zur unterstützung ein kleines taschengeld genau ansonsten darf man halt umsonst bei ihr stehen einfach und dort das leben genießen das wäre toll wenn sie jemand finden könnte der dabei einfach hilft ja und was müsste man haben also man müsste natürlich selber eine wohnmöglichkeit haben die ganze hilfe ist eigentlich für jetzt für den vor sommer gedacht also so vielleicht in april mai oder so ich weiß ja nicht wie schnell ihr sein könnt oder sein wollt genau also ihr bräuchten wohnmöglichkeiten busenwohnung campingwagen natürlich geht auch zelt aber ihr wisst ja manchmal wenn es viel regnet zelt kann schon mal weggeweht weggeschwemmt werden ist ein bisschen grenzwertig zelt kann funktionieren je nach wetter und kann aber auch nicht funktionieren das heißt vielleicht sind ja auch schon leute dort im norden und hören mich und suchen einen stellplatz oder sind auf dem camping von castello branco zum beispiel bitte meldet euch doch bei ihr ich werde euch in den kommentaren die die e mail adresse von ihr hinein schreiben und es wird toll wenn ihr euch bei ihr melden könnte und mit ihr was abmachen könnte also im moment befindet sich noch in deutschland aber die reise wird bald losgehen ne also ich wäre grottenfroh wenn dem mädel geholfen werden könnte und wenn sich jemand melden könnte es können sich natürlich auch mehrere leute melden und wie gesagt das stehen ist umsonst das wasser ist umsonst man müsste halt vielleicht mit gemeinsam mit gemeinsamen mit gemeinsamen aufwand vielleicht ein kleines außen klo aufbauen ne und vielleicht auch eine außendusche oder irgendwie die nötigen sachen die man eben braucht zum leben solche sachen ne das wäre toll wenn sie hilfe bekommen würde auf diesem wege und wie gesagt also sie wird euch auch sicherlich den standort des landes dann schicken ich möchte eigentlich nicht mehr sagen denn sie wird eure fragen beantworten und alles weitere mit euch klären ja ich würde mich echt freuen wenn sich jemand melden würde und wie gesagt also wenn sich mehrere melden macht es auch nichts jeder kann gern mit anpacken und wie gesagt weitere bedingungen macht er dann mit ihr aus ne aber ich glaube sie wird sich wirklich über jede helfende hand einfach freuen ne weil ich weiß wie das ist als ich hier allein angefangen habe es geht aber man muss echt man muss schon ein bisschen taffi sein ne und ich war ein bisschen älter wie sie und habe schon mehr mitgemacht und musste meine taffheit natürlich auch erst erlangen sagen wir mal so also bitte 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 meldet euch auch gerade wenn ihr da oben in der nähe seid und genau ich stelle gerade fest in jeder zweiten von dieser blume sitzt irgendwann käfer oder sogar zwei käfer also hier in portugal gibt es noch käfer da hat man auch noch insekten an der scheibe wenn man über die autobahn fährt in deutschland hat man das ja nicht mehr ist wirklich unglaublich möchte man wissen wann die endlich aufhören mit diesem scheiß glyphosat alles kaputt zu machen ehrlich na gut jedenfalls schicke ich euch viele grüße aus dem paradies und würde mich freuen wenn sich jemand bei ihr melden würde also tschüss bis zum nächsten mal